The Hooker macht weiter mit, was ich auf jeden Fall eine neue Generation nehmen würde. Wir haben uns schon die Terminator angeguckt und heute haben wir die Venom auf dem Plan. Sozusagen der kleine Bruder in einem ganz anderen Kleid. Die Cinematics habt ihr gesehen. Und die Optik von der Pfeife ist auf jeden Fall was ganz, ganz Besonderes. Aber bevor wir zur Optik kommen, machen wir natürlich ganz normal unsere Review-Punkte entlang. Verarbeitung und Qualität, Design und Optik, Rauchverhalten und alles zusammengefasst in einem Fazit. Steigen wir erstmal mit ein paar Daten und Fakten ein, bevor wir zum ersten Punkt kommen. Die Pfeife kostet 140 Euro und ist eine kleine Pfeife. Bis zum Kopfadapter haben wir nämlich 43 cm. Das heißt, man könnte schon fast sagen, eine mittlere Pfeife, also nicht super klein für eine kleine Pfeife. Aber definitiv noch keine große Pfeife. Ich muss sagen, die ähnliche Größe wie bei der Future gefällt mir sehr, sehr gut. Ich mag ja eher kleinere Pfeifen, aber so ganz Mini-Pfeifen dann auch wieder nicht. Und gerade diese Region von so Ende 40 bis Mitte 40 finde ich schon sehr, sehr nice. Also das ist so das Größte für mich persönlich, was ich noch richtig, richtig geil finde. Verarbeitung, Qualität und Materialien. Ich habe es ja eben beim ersten Satz schon ein bisschen angeteasert. Neue Generation an The Hooker. Auch wenn The Hooker das selbst nicht so sagt, ich finde, das ist schon wirklich eine krasse neue Generation an Pfeifen. Schon bei der Terminator war super vieles anders. Wir haben keine Komplettsets mehr. Es gibt auf einmal Steckadapter oder in dem Fall schon eine direkte, komplette Steckpfeife mit einer Standard Bowl dabei. Und wir können sie natürlich auf alle normalen Steckballs packen. Übrigens, ich finde, kleine Steckballs passen zu der Pfeife auf jeden Fall besser als große. Sie war aber auch auf einigen großen Bowls rauchbar. Das heißt, nicht nur, dass wir einen komplett unterschiedlichen Lieferumfang haben und ein komplett unterschiedliches Lineup an Produkten haben. Auch die Qualität hat sich nochmal krass verändert. Wir haben eine V2-A Edelstahlpfeife, die in dem Fall von der Venom komplett schwarz beschichtet wurde. Aber wenn man jetzt meint, die ganzen Elemente, die man hier so sieht, die Verzierungen, wären nur aufgemalt, dann liegt man falsch. Das ist alles reingefräst. Jede einzelne kleine Linie, die ihr hier seht, jeder Punkt, jeder Strich auf der Base, alles ist reingefräst. Und ich will gar nicht wissen, wie viel länger diese Pfeife in so einer CNC-Fräse drin sein muss, bis das alles fertig ist. Und was Zeit kostet, kostet in der Regel auch Geld. Und es ist nicht die günstigste kleine Pfeife, die ihr euch kaufen könnt. 140 Euro kostet sie. Aber wenn man sich überlegt, wie viel Zeit und Arbeit dann wahrscheinlich da in die Teile reinfließt, kann man es ein bisschen besser nachvollziehen, finde ich. Und 140 Euro zählt natürlich immer noch nicht zu den teuersten Pfeifen. Vor allem, wenn man sich überlegt, wie viel Material an dieser Pfeife ist. Weil wenn man die Pfeife zum ersten Mal hochhebt, und das ist tatsächlich schwer einfach mit einer Hand hier aus dem Sitzen, merkt man sofort, wie geisteskrank massiv diese Pfeife ist. Also ich kenne keine andere kleine Pfeife, die so schwer ist. Mit Sicherheit gibt es irgendeine. Aber von allen kleinen Pfeifen, die ich aktuell zu Hause habe, ist das mit Abstand die schwerste. Es ist wirklich geisteskrank massiver Edelstahl. Und das mit den Verzierungen, plus die Gewinde laufen gut, der Schliff sitzt super, auch die Bowl war hervorragend von den Maßen und die Steckverbindung hat geisteskrank gut funktioniert auf die Bowl. Das ist schon wirklich ein krasser, krasser Qualitätsfortschritt. The Hooker war immer gut von der Qualität. Aber bei den neuen The Hooker Pfeifen würde ich noch einen Schritt weiter gehen und sagen, die Verarbeitung, die Materialien, das ist sogar sehr gut. Und wie ich es eben schon ein bisschen angeteasert habe, die Optik ist was ganz Besonderes. Und ich glaube, das ist auch so der Unique Selling Point von dieser Pfeife. Es gibt Pfeifen mit krasseren Blowoffs, es gibt Pfeifen mit mehr Blowoffs, es gibt günstigere Pfeifen, es gibt teurere Pfeifen. Aber die Optik von dem Schwarzen und dann diese ganzen Linien, die da reingefräst wurden, was eine ganz eigene Optik gibt. Also wenn man das Licht sich da drinnen brechen sieht, in den einzelnen Fräsungen, die in so vielen Teilen bei dieser Pfeife am Start sind, dann ist das schon was ganz Besonderes. Und entweder das gefällt euch oder das gefällt euch nicht. Ich habe bis jetzt beide Stimmen gehört. Ich persönlich bin total auf der Seite, dass es mir sehr gut gefällt. Aber wie immer bei der Optik, es muss euch gefallen. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass diese Pfeife für viele Leute optisch gesehen ein Holy Grail wird. Was für mich persönlich definitiv kein Holy Grail wird, ist die Bowl. Gott sei Dank haben wir einen Steckballadapter. Das heißt, ich kann mir auch einfach andere Steckballs schnappen, fülle da was da rein und stecke die Pfeife um. Weil die mitgelieferte Bowl ist ganz cool, aber halt mehr für mich auf jeden Fall nicht. Wie immer, das ist Geschmackssache. Einigen wird sie gefallen, manchen vielleicht nicht. Ich bin leider eher auf der Seite. Die Bowl finde ich jetzt nicht so krass schön. Wir haben hier einen kleinen Übergang drin. Wir haben zwei Guckfenster und auch die ganze Bowl ist schwarz beschichtet. Das schwarz beschichtete passt hervorragend zu der Pfeife. Allerdings bin ich irgendwie von der Form einfach kein Freund und würde da eher eine andere Bowl drunter packen. Aber das ist ja zum Glück kein Problem. Wir können alle möglichen Steckbolts drunter machen. Und ob ihr noch was günstiges dazu kaufen wollt oder vielleicht auch eine Cäsar Bowl drunter packen wollt, das geht natürlich alles easy. Was auch noch immer zu Optiken mit dazu gehört, ist der Blow-Off. Und den zeige ich euch einfach mal. Der fließt sehr, sehr langsam und geht aus diesem mittleren Ring, den wir an dieser Pfeife haben, nach oben und nach unten weg. Wir haben keinen verstellbaren Blow-Off, wir haben keinen umbaubaren Blow-Off. Wir haben einen schönen Blow-Off. Und das reicht mir. Wenn ihr mehr Blow-Offs haben wollt, dann ist die Pfeife nichts für euch. Wenn ihr das genauso seht wie ich und sagt, naja, wenn das ein schöner Blow-Off ist, dann passt mir das eigentlich und dann ist gut, dann werdet ihr mit der Pfeife wahrscheinlich happy. Eine andere Kleinigkeit, die ich bei der Pfeife nicht so schön finde, was aber auch immer Geschmackssache ist und ich weiß, dass ich ein kleines bisschen besonders bin, mir ist der Kohleteller ein kleines bisschen zu groß. Ich finde, auf kleine Pfeifen darf auch ruhig ein etwas kleinerer Kohleteller, sodass die Maße passen. Das hat optisch zwar für mich den Vorteil, dass es mir gefällt, hat praktisch aber den Nachteil, dass wenn mal eine Kohle runterfällt, die halt schneller daneben gehen kann. Bei dem Riesen-Kohleteller sollte euch keine Kohle nebendran fallen, das heißt sicherer ist es so auf jeden Fall. Für mich persönlich hätte da aber nochmal einen Zentimeter oder zwei beim Durchmesser weggekommen. Aber, da wir auch einen Kohleteller relativ easy austauschen können, ich da zum Beispiel auch einen Alpha-Teller oder sowas draufpacken kann, ist auch das relativ easy behoben, wenn einem die Optik sonst wunderbar gefällt. Und dann kommen wir noch zum letzten Punkt, dem Rauchverhalten. Für mich der mit Abstand wichtigste Punkt. Und der wichtigste Punkt unter dem Rauchverhalten ist für mich der Durchzug. Und den messen wir ja mittlerweile und deswegen zeige ich euch auch da die Messung. Dafür hier die Stimulation-Pumpe einmal an, dann das Manometer einmal an, nullen wir das Ganze noch, wunderbar. Und einmal auf die Pfeife und wir sehen, die Pfeife hat einen Durchzugswert, einen Widerstand von 173 Pascal. Das ist nicht super leichtgängig, das ist aber auch nicht so, dass es irgendwie anstrengend wäre zu ziehen. Ich habe da nochmal eine kleine Vergleichstabelle für euch und könnt ihr euch das besser vorstellen. Ein Durchzugs-Messwert von 273 bricht auf jeden Fall keine Rekorde, ist aber immer noch ein guter Durchzug. Und obwohl ich mir jetzt einen Vollkontakt gebaut habe, übrigens Low-Load, Onmo, 3 Zauberwürfel, 27er Kohlen, Blary, Cane Mint und noch ein kleines bisschen Focke-Live-Zitrone-Minse. Das Ganze wie gesagt im Overpack und obwohl der Durchzugswert nicht der beste ist, den wir jemals gemessen haben, ist es sogar mit einem Overpack noch absolut in Ordnung. Wenn ihr mega die Durchzugsfanatiker seid und oft Overpack raucht, dann werdet ihr maybe nicht happy mit der Pfeife. Ich finde sie sehr, sehr angenehm, vor allem wenn man die ganze Zeit Breeze, Breeze Pro, Versa und Co. raucht, die einen besseren oder einen offeneren Durchzug haben. Dann ist das mal eine willkommene Abwechslung und der Durchzug ist für mich der Sweet Spot zwischen, ich kann ein Overpack rauchen, ich kann aber auch ein Meerloch rauchen. Weil mit Pfeifen, die sehr, sehr offen sind und einen sehr guten Durchzug haben, habe ich dann oft das Problem, dass ich da keine Meerlochköpfe drauf rauchen will, wenn ich den Durchzug nicht umstellen kann. Und die 250 bis 300 Pascal Widerstandsmarke ist für mich so der Sweet Spot zwischen, ich kann ein Overpack rauchen, ohne dass der Durchzug nervig schlecht wird, ich kann aber auch ein Meerloch rauchen, ohne dass es sich anfühlt, als hätte ich gar keinen Widerstand. Also das ist sehr, sehr angenehm, wenn man switchen will und vielleicht nur eine Pfeife hat oder noch keine Pfeife hat, wo man den Durchzug verstellen kann. Ich finde den Klang ohne Diffusor, also besonders ohne Diffusor, sehr, sehr geil. Richtig kernig, richtig tief und da muss ich sagen, hat die Bowl dann wieder einen Vorteil, weil der Klang von der mitgelieferten Bowl in Verbindung mit der Pfeife ohne Diffusor ist soundmäßig halt schon wirklich eine sehr, sehr nice Kombination. Man hört ein leichtes Zischen vom Kopf, wenn man sich den Overpack gebaut hat und dann dieses fette, dumpfe Blubbern, einfach geil. Mit Diffusor lässt sie sich ein bisschen smoother rauchen, also man merkt nicht so die Wellen vom Wasser, aber beim Diffusor gibt es auch noch eine Kleinigkeit, die ich euch auch aber lieber zeige. Es gibt übrigens zwei Versionen vom Diffusor, einmal den alten mit den Löchern unten und einmal den neuen mit einem großen Loch unten. Bei der Pfeife ist er natürlich in Schwarz dabei, ich Dummkopf habe meinen verlegt, deswegen zeige ich ihn euch hier in Silber von der Terminator. Der ist dabei mit den kleinen Löchern. Wenn ihr jetzt sehr lange nicht sauber macht, könnt ihr das natürlich irgendwann verstopfen. Da ist der neue besser, den gibt es einzeln nachzukaufen, ist aber sozusagen Upgrade. Ich finde, man muss es nicht machen, aber besser ist es schon und das ist auf jeden Fall ein kleiner Negativpunkt, dass der neue da jetzt nicht mitgeliefert wird. Aber gut, die wurden halt wahrscheinlich so produziert und wem es super wichtig ist, der kann es wenigstens nachrüsten und auf den neuen hier gehen. Das heißt, wenn ihr die Pfeife ohne Diffusor rauchen wollt, dann habt ihr gar kein Problem. Wenn ihr die Pfeife lieber mit Diffusor rauchen wollt, habt ihr wahrscheinlich auch kein Problem. Aber falls es zum Problem werden sollte, gibt es auch da eine einfache Lösung für. Das Anzugverhalten von der Pfeife, um zum nächsten wichtigen Rauchverhaltenpunkt zu kommen, ist der Anzug. Und dadurch, dass die Pfeife minimal größer ist, könnte man jetzt denken, dass der Anzug sich auch verschlechtert, steht aber einer kleinen Pfeife nichts nach. Also der Anzug ist ultra direkt und fühlt sich super gut an. Auch das Bowlvolumen bzw. das Luftvolumen in der Bowl ist relativ klein. Die Bowl braucht zwar relativ viel Wasser, weil sie unten sehr, sehr bauchig wird, hat aber oben trotzdem einen relativ schmalen Hals. Und das heißt, wir haben wenig Luftvolumen in der Bowl, was zu einem super direkten Ansprechverhalten führt. Und was auch noch zum Rauchverhalten gehört, ist natürlich der Blow-Off. Zum Blow-Off muss ich sagen, der geht mir ein kleines bisschen zu schwer. Heiner hat auf der einen Seite den Nachteil, dass man schon relativ lange bzw. fest zu pusten muss, dass der Rauch rauskommt. Auf der anderen Seite sorgt das optisch dafür, dass der Rauch sehr, sehr nice und gleichmäßig rausfließt. Nochmal eine kleine Einblendung von dem Blow-Off. Ich finde, das sieht schon sehr, sehr nice aus. Das heißt, man kann das positiv sehen oder negativ sehen, je nachdem, wie man will. Es ist auf jeden Fall nicht so anstrengend, dass es mich geisteskrank genervt hätte. Es ist aber ein bisschen schwergänger als bei manch anderer Pfeife und auch schwergänger als bei der The Hooker Terminator. Abschließendes Fazit. Ich bin sehr begeistert, wie The Hooker sich weiterentwickelt hat. Weniger Komplettsets, wir haben mehr Steckalternativen, wir haben deutlich mehr Material und deutlich besser verarbeiteteres Material. Und das ist schon ein sehr nicer Step in die richtige Richtung, wenn es nach mir geht. Ich hoffe trotzdem, dass es auch weiterhin gute Komplettsets gibt. Aber dass noch ein paar Steckalternativen ohne Komplettsets kommen, finde ich sehr geil. 140 Euro für die Pfeife ist, finde ich, angemessen. Ich weiß natürlich nicht, wie lange die in den Fräsen liegt, um diese Optik zu erzielen. Ist mir aber auch egal. Am Ende des Tages finde ich, das lohnt sich, weil die Optik bei der Pfeife ist schon was ganz Besonderes. Und wer diese Optik mag und wer diesen Effekt von den ganzen Fräsungen in der Rauchsäule, in der Base und sogar im Kopfadapter feiert, der wird auch nichts anderes finden. Und dem kann ich die Pfeife absolut ans Herz legen. Wenn ihr eine kleine Pfeife haben wollt und ihr wollt eine, mit der ihr auch mal einen Overpack-Pfanne rauchen könnt, aber auch einen Meerloch rauchen könnt und beides gut funktionieren soll, ist der Durchzug von 273 Pascal Widerstand halt super, super angenehm und genau der richtige Spagat zwischen beiden Welten. Das heißt, wenn euch die Pfeife gefällt und ihr darauf Bock habt, dann kann man die für 140 Euro auf jeden Fall empfehlen. Falls ihr die Pfeife schon mal getestet habt oder ihr Gedanken zu habt, lasst mich das gerne unten in den Kommentaren wissen. Falls euch das Video gefallen hat, noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Und dann bis zum nächsten Mal, eure Shisha-WG.